Ja hallo, ich bin Christian Joppich, Kirchenmusiker hier an der ehemaligen Stiftskirche St. Johann. Ich möchte gerne heute über das Lied »Aus tiefer Not schrei ich zu dir« sprechen. Dieses Lied wurde von Martin Luther getextet und auch komponiert. Bemerkenswert an diesem Lied finde ich einerseits die Melodieführung, denn gleich zu Beginn erscheint das Wort »tief« auf einer tiefen Note. Und das Wort »not« erscheint auf einem charakteristischen, sehr expressiven Intervall. Ferner ist auch bemerkenswert die Form, die Martin Luther für diesen Text verwendet. Es handelt sich dabei um die sogenannte »Barform«. Das hat nichts mit einer Bar zu tun, in der man was trinken geht, sondern es handelt sich dabei um die Verteilung der Silben des Textes. Das heißt, in der ersten Zeile findet man acht Silben, in der zweiten Zeile sieben, dann wieder acht, dann wieder sieben, acht, acht, sieben Silben. Diese Form nennt man auch die sogenannte »Lutherform«. Martin Luther hat viele Lieder oder viele Texte in dieser »Barform« geschrieben. Und ergänzend dazu möchte ich jetzt gerne von Johann Sebastian Bach aus dem dritten Teil der Klavierübungen eine Choralbearbeitung über dieses Lied an unserer kleinen Truhenorgel vorne im Hochchor der Kirche spielen. Viel Vergnügen und noch eine gute Fastenzeit! Musik Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020